Herzlich Willkommen bei diesem neuen Video. Das ist mein drittes Video und heute möchte ich euch etwas sagen, weil ich jetzt anfangen werde, Vlogs zu drehen und ich würde mich sehr freuen, wenn Leute, die angucken würden und auch liken würden oder kommentieren, wenn es ihnen gefallen hat und ich gebe mir selbstverständlich auch Mühe, bei den Vlogs zu drehen und ja, ich wollte euch sagen, dass jeden Freitag ich versuche, die Vlogs hochzudrehen und ja, genau, weil mir Vlogs einfach Spaß machen und zu drehen und ich mag einfach Videos drehen und ja, bis zum ersten Vlog dann. Ciao!